Was ist eigentlich Mitarbeitergewinnung? Was ist eine Arbeitgebermarke? Und wie sieht eine sinnvolle Gesamtstrategie zu diesen Themen für ein Handwerksunternehmen aus? Mein Name ist Jörg Mosler und genau das sind meine Themen beim vierten Internet-Marketing-Tag im Handwerk. In meinem Vortrag geht es um die fünf wichtigsten Schritte in der Mitarbeitergewinnung. Und ich zeige dir in diesem Vortrag nicht nur diese fünf Schritte auf, sondern ich gebe dir zu jedem dieser fünf Punkte wichtige Tipps, wichtige Ideen, wichtige Denkanstöße, damit du dauerhaft und zukünftig erfolgreich sein kannst zum Thema Mitarbeitergewinnung und Aufbau deiner Arbeitgebermarke. Wenn das ein Thema ist, das dich interessiert, dann hoffe ich, wir sehen uns im November. Sicher dir jetzt dein Ticket. Ich freue mich riesig auf dich. Ciao, mach's gut. Bis dahin, dein Jörg Mosler.